so liebe urbex freunde das hier ist das verlassene siemens gebäude seit 2016 ist es verlassen wie es innen aussieht und ob noch was da ist das seht ihr jetzt in dem video wünschen wir euch viel spaß mit dem video attacke auf geht's so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.